Das Spiel läuft schon, oha Ja, na klar! Wir haben den Jump-Shotter, Alter! Wir kontrollieren Bravo! Wir nehmen Charlie ein! Charlie gesichert! Da ist noch einer! Fuck! Wir verlieren Charlie! Feind übernimmt Bravo! Wir nehmen Alpha ein! Er hockt da bei Charlie in der Ecke! Ja, und hinter mir ist auch einer! Fuck! Ich habe da ein Sniper-Light gerade bei Charlie noch gesehen gehabt! Verbündete Drohne im Einsatz! Mitten auf dem Platz vorne liegt ein Sniper! Ich habe einen Sniper gekriegt! Den hat er also geholt! Ohne! 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 Da ist einer bei C. Nicht dämlich. Zwei Sniper in den Tunnel bei A. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Wir verdienen Schaden. Der Feind hat alle Zielobjekte. Wir dürfen nicht versagen. Zurück, Herr Oman. Alpha gesichert. Ach, er ist da langgelaufen. Oben in den Apps drinnen. Verbündete Drohne online. Verbündete Drohne online. Das Ding, das 20er Magazin hat, nervt mich hart, ne? Naja, hau mich von hinten. Beim Nachladen. Kleine Fotze. Oh, ich hab ihn. Was? Was? Das will der mir doch nicht erzählen, man. Fick dich, Alter. Ich komm da nicht hochgeklettert. Oh, ey, die lungern hier alle nur rum. Wir verlieren Alpha. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Der Feind hat alle Zielobjekte ein. Kommst du dir? Neu formieren und zurückerobern. Charlie. Oh. Ich bin so dämlich eng. Hast du die Stun falsch geworfen? Ja. Den kenne ich. Habe hier auch einen Fall gehabt. Kommt doch jetzt noch einer da oben. Hinter dir, glaub ich. Feindlichen Koraner aktiv. Hm. Unsere Leute alle. Der Feind hat zwei Zielobjekt der Robert. Diese Positionen sicher. In unserer Garage alle zu sein. Uh. Da an dem Loch war einer. Nein! 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 Ah, fuck dich. Nein. Nein! Nein! Ah, draugier doch einer Rauch. Ah, molecules. Fassen passa die Nach spectdale wir ins tuvieren. Nein. Nein. Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Habe ihn. Unten noch einer. Also hier außen. Habe ihn. Ah, hinter mir ist noch einer bei B. Liegt hinter B im Raum. Dämlich, ja. Hauptsache B nicht einnehmen wollen. Wo ist denn? Hä? Muss doch hier irgendwo noch gewesen sein. Feindsicher Charlie. Boah, unten in der Garage. Zwei Stück. Der Feind hat Charlie eingenommen. Hier Drohne. Hier Drohne. Verbündete Drohne online. Feind sichert Bra... Nein, Mann. Wie hat er das denn überlebt? Ich habe ihn zweimal in den ganzen Magazin reingedrückt. Verstanden? Ohne Kreisen zur Einsatzgebiet. Aufklärung online. Wir verlieren Charlie. Wir kontrollieren zwei Zielobjekte. Haha. Oh. Sie ist noch mehr. Boah, jetzt ist er mit seiner Sniperfunzel da vorne auf dem Platz, ey. Fickt euch alle, ey. Boah, jetzt ist er wieder in der Garage. Der Sniper campt die ganze Zeit. Ja, 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 ja. Stell dir die Frage, ist da jetzt noch einer auf C drauf oder nicht? Weiß ich nicht. Nein. Nein. Ah. Wir werden schwer getroffen. Wir werden schwer getroffen. Der Feind hat alle Zielobjekte besetzt. Wir kontrollieren Alpha. Ach, come on. Das kann es doch nicht sein. Oh. Und dann bist du 있으ig. Bis zum nächsten Mal. Wie kann es doch nicht sein. Schöne die Frage. Mann. Wie kann es doch nicht sein? Ich kann es doch nicht. Das ist ja nicht weiter.